Ich jetzt eigentlich gar nicht. Eher so ein... Ähm... Dings-Mod. Ähm, ich komm jetzt grad gar nicht drauf. Minions-Mod? Nein. Ähm... Na? Wie heißt's? Ich weiß es jetzt grad gar nicht. Egal. Egal. Gut, dann denken wir uns einfach mal alle, dass... Wir wissen, was du meinst. Genau. Also der Mord, ja. Das studiert ihr am meisten. So. Na, den Rest hab ich abfackeln, das baumannsor hab ich nämlich keinen Bock. So. Einen Apfel. So, wie viel Holz hab ich denn? Wow, ein, ein Stack. Ein Stack. Ich würd' sagen, wir haben ziemlich viel verbaut bei dem, äh... Dach. Eindeutig zu viel. Aber einfach mal so random mit Bäumenplötzchen kann man die auch mal machen. Oh, das geht auf mit meiner Farm. Ich glaub, dass die etwas effektiver wird. Effektiver? Mhm. Sag doch gleich, du willst mich runter machen. Ja, das auch. Nur deswegen baue ich die ja um. Nur deswegen. Nur deswegen. Aber Sora. Kannst du doch nicht machen. Doch, doch. Das war jetzt mal eine Gefuhle. Eine Gefuhle? Ja. Scheiße. Wie unproportional das hier alles ist. Deins ist auch nicht grad proportionaler. Ja, weil ich keinen Bock hab, hier noch alles proportional zu machen. Apropos. Hier ist ne Spinne. Und ne Enderman. Der Enderman schlagerstipp. Warum? Weil er hat mich schief angeguckt. Der kommt auch mal mit aufgerissenem Mund durch die Gegend angelaufen. Ach, Spinnauer. Wenn ich dich schief angegucke, dann haust du mich erstmal, oder was? Äh, hab ich dich ja, als wir da waren, nicht geschlagen? Als du mich doof angeguckt hast. Ja. Vorhin am ersten Tag immer mit deinem komischen Blick. Ja. Ich werde nie vergessen. Aber das hast du auch noch am ersten. Du hattest aber auch nur am ersten Tag den Blick so oft gemacht. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Erst von deiner Special Effects. Jetzt guck ich mal, was dein Keller macht. Äh, dein, dein, dein. Oh. Hallo, Skelett. Ciao, Skelett. Mal gucken, was deine Farmer ist. Ich hab' nicht gemacht. Ne, ich fertig aber. Noch nicht fertig. Scheiße. Nein, ich will nicht ab... Auch. Fuck. Ach so. Ist doch nicht der Tod. Ach ja. Und dahin sind sie runterfallen? Oh. 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 Das wird nichts. Ach. Da. Das ist das Problem. Das kriegst du nicht hin. Das ist das Problem. Also, du willst nicht mit Leitern. Oh. 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 also du bist wie kommst du denn da also jetzt komme ich natürlich auch und du meinst das ist jetzt noch nicht ganz immer nach unten bitte meist jetzt 1 ja aber aber du darfst nicht uns und vergleichen aber ja es kommt runter ich habe eben schon was runter ja das ich gucke ja das gleich noch 677 dings müssen gleich runter kommen ja das was runter kommt das weiß ich ja jetzt schreibe ich doch nicht an ich bin sensibel so sieben stecks ja es kommt immer was runter geschmissen also runter gefallen gut 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 danke und jetzt regnet stein obwohl ich sagen muss ein altem klitschig die ganze zeit durch die gegend aber gut ist die monster mit skeptischen weil deine leiter ist dass sie nicht daran kleben bleiben ich glaube eine spinne fällt er denn nicht durch weil eine leiter zählt ja als block mehr oder weniger und da passiert eine spinne da ja eine spinne passt nicht durch denke ich mal da muss man mal gucken abwarten und tee trinken sind jetzt ja auch nicht so unbedingt wichtig spinnen sporen laut häufigkeits tabelle öfter als alles andere also demnach sind sie ja nicht wichtig aber es geht ja nicht mehr das einzige was wir eigentlich brauchen ist erfahrung richtig und halt ab und zu mal ein paar knochen und alles aber das war es hast du wirklich alle bücherregale weggemacht ja ja ein bisschen so sieht das jetzt ein bisschen komisch aus aber das wollte ich auch noch machen aber ich will sie erst mehr er klar man wird ja mal so viel machen ich weiß wie mit welchen steinen soll der gang im keller runter gemacht werden und mit welchen materialien ich weiß nicht du weißt wo erschreckt mich nicht immer so nicht kripp hier ich probiere das jetzt einfach mal so nein ich habe irgendwas vergessen ja da hat was also laut meinem texture pack eigentlich ob es noch nach deinem passt ist aber das ist ziemlich kostspielig was aber hat scheiße gebaut natürlich ist der blog genau da gelandet wo ich ihn nicht haben ich hab so ich brauche jetzt so ultra 360 mäßig jetzt den stein da so ganz coole hin hat nicht ganz funktioniert leider ach nö jetzt brauche ich noch mal zwei wasser das kann dauern du ja ich weiß ich sag ja ziemlich kostspielig aber es hat irgendwas ja aber das kann nicht dauern halt ne aber gut das war ja bestimmt im klaren hättest du es ja nicht gemacht richtig heißt es mal ein bisschen farben habe ich meinen klub zum hast du da ist den baum nicht ganz abgebaut welchen freundchen ich sehe keinen den baue ich jetzt ab ich sehe keinen baum wenn ich sehe den baust du ab ja das kann einfach eine missgeburt der natur sein und der wird es mit der abbauen lassen ne oder warte mal kann ich denn vielleicht doch ein bisschen sparen mal gucken wie sieht das aus wie sieht denn das aus mach wie ist denn die tür zu du ich bin mir nicht so schlüssig das müsste ich alles haben das müsste ich alles haben wum ich glaube du hast gerade geschrieben ne ja ne ach ich müsste mal scheiße auf den falschen block müsste man mal ne schaufel machen ich müsste mal ne schaufel machen du kannst du mal kurz runterkommen und sagen wie das denn vielleicht aussieht besser ok danke so ich muss mal jetzt ich mach mal trotzdem mal ne schaufel aber das heißt trotzdem extrem viel lapis lasuli farmen so und mein inventar ist ziemlich voll gemeldet ey müsste ich immer wirklich entladen in trümpelung was brauche ich denn gerade nicht die blume die feder das 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 jetzt müssen ein bisschen das blitzt die ganze zeit bei mir ich glaube es gewittert ja nicht oder es fotografiert ja ja war gut oder es fotografiert mich die ganze zeit jemand ja das wird sein ja ja wisst du nicht was für was was es für leute gibt die halt einfach mal so heimlich die ganze zeit so fotografieren so ich bin petra ne die ist arbeiten ja wer weiß die ist arbeiten und das weiß ich ganz genau und hör auf das ist nicht lustig das ist nicht lustig ja ist wirklich nicht ich stelle vor doch ich wäre von petra gestalkt äh so wir haben 1 2 3 4 5 6 7 schutz 1 bücher und ein schutz 4 buch ja den äh pack mal alle zusammen damit wir ultraschutz haben jetzt kriegen wir vielleicht gerade mal schutz vier oder fünf nochmal raus der gibt zwei ne das ist auch noch schutz 2 das ergibt zwei ergibt drei und drei vier und zwei das ergibt zwei dann werden wir nochmal vier rauskriegen ja und dann und der wäre mega reich das wäre super klingt gut macht mal setzt die idee um kein problem ach nö ach nö ach nö hau doch nicht ab und noch mal einen schutz ich kann links mehr einen label label schilder reingemacht ich nehme grad krass raus in den nächsten schildern und danke so das kann da rein das kann da rein was hast du vor ein bisschen sortieren oder wie ja aber ja der sortieren mod da wäre auch noch gar nicht mehr so völkert also ja genau den meinte ich glaube ich sogar vorhin wollen wir uns auf den einige nachher ja machen wir mal mit dem auf jeden fall weil das muss ich nicht haben was was sortieren hier oder was